Jey wir haben den Schlüssel bekommen das freut mich natürlich irgendwie voll sehr und so und ja los weiter mit der können wir nämlich in die unseren Levels rein so gut jetzt machen wir das ich denke das machen wir so ach so ah ja jetzt hier hier scheint es mysteriöserweise und wenn wir hier oben hingucken kommen wir plötzlich hier in einem Level an ach so ich hätte das jetzt lesen sollen ne scheiße habe ich vergessen so versuchen wir aber das ist aber auch nicht oh nein die Steuerung ist so kacke hier in dem Spiel die ist viel zu scheiße dafür dass ich die jetzt alle anständig sammeln kann ich muss hier diese acht roten Münzen bekommen so ne ich habe schon verkackt runter 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 so runter nochmal von vorne so hat keiner gesehen und nochmal ja 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 so so und ja haben wir gut zwei und dann sind die nächsten beiden drei vier und da unten fünf oh nein einen haben wir nicht bekommen nein oh blöde Kamera egal versuchen wir uns erstmal die beiden zu holen oh nö schaffen wir nicht ne das blöde ist wir gewinnen hier gar nicht an Höhe das heißt wieder verkackt ich finde die Mission auch so schwer bei Mario 64 war die eigentlich ziemlich leicht aber hier ist sie viel schwerer als recht wegen dieser Steuerung oh was der fliegt einfach drüber was soll das ich hab das gar nicht mal gedrückt nein und jetzt fliegt der drunter will der mich fertig machen will der mich fertig machen verdammt okay 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 cool 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 oh nein jetzt haben wir nicht mehr genug Schwung für die beiden da oben ne wieder verkackt oh ist das hässlich ey ist das dumm und nochmal komm was so viel Spaß macht so komm das ist so schwer zu steuern oh ich hab schon wieder versaut oder gut jetzt haben wir die aber ich glaube wir haben nicht mehr genug Schwung für die beiden da oben ne haben wir nicht einen kriegen wir zwar aber der andere dafür kommen wir nicht mehr hoch genug wir sehen ihn schon gar nicht mehr und noch einmal ach Quatsch was drücke ich denn da okay ja 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 ich hab verstanden nein nur einen bekommen das sieht nicht gut aus für uns Moment wo bin ich jetzt wo ist er denn ach da ne und schon wieder schon wieder verkackt ey hier kann auch gar nichts auf Anni klappen ne nein oh was fliegst du einfach drüber der fliegt im letzten Moment kurz bevor ich die Dinger bekomme mach der einfach geht einfach drüber was ist das so komm man das bestimmt der zehnte Versuch oder so jetzt muss es doch klappen nein 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 oh nein scheiße jetzt geht gar nicht jetzt geht komm geh wenigstens runter Mensch nein nein der will der will echt oh kacke ich schreibe mir so einen ab was soll nun die Dachbarn denken so so ja gut so zwei haben wir drei vier da unten sind die nächsten fünf sechs und 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 sieben nein 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 oder nein nein komm den kriegen wir noch den kriegen wir noch nein oh Gott verdammte scheiße scheiße ja mag es denn dass ich gerade ein bisschen unnötig ausgerastet bin oder so scheiße ich hab keinen Stuhl mehr ich hab meine Stühle umgeschmissen alle ihr müsst wissen ich bin nicht gerade stolz auf meine Taten oh ne komm schon oh so ein lustiger Spaß ich glaub ich stell meinen Stuhl mal wieder hin oder oh komm her boah Mensch aber irgendwann ist das Ganze auch nicht mehr lustig ne oh nur einen verkackt egal jetzt holen wir uns erstmal die und dann gucken wir mal weiter die Kamera ist so kacke in dem Spiel so ach den kriegen wir eigentlich noch oder könnte sein ja tatsächlich so die Frage ist jetzt nur wo ist er ja hier ist er okay komm Tiger du packst es fünf sechs ach da oben sind die ja dann hab ich ja dann kann ich ja ganz vergessen da komm ich nicht ran nö fuck und noch einmal weil es so cool ist das ist das coolste was ich je gemacht habe ernsthaft so okay äh okay im letzten Moment drüber fliegen sowas finde ich natürlich richtig richtig genial danke dafür für diese aufregende Erfahrung so jetzt gehen wir zurück und versuchen uns die zu holen und 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 ja so läuft das und und Nummer 6 nein nein natürlich nicht die Mario du darfst sie nicht haben weil die viel zu cool ist diese Münze für dich ich glaube ich übergebe mich gleich das habe ich noch nie gemacht mich mitten im Spiel übergeben und jetzt muss ich gleich wieder den ganzen Mist aufräumen den ich jetzt wieder kaputt gemacht habe nein nein Mario ach nein das gibt's doch nicht wow ey das mach ich da auch so aufregend ne komm jetzt jetzt aber richtig nein wieso im letzten Moment immer im letzten Moment macht der immer so einen Turboschub und der ist unkontrollierbar irgendwie so komm noch einmal ja ich hab verstanden nein nein wieso ist es es geht nicht es geht nicht ok komm ok komm ja der Anfang wäre wohl damit getan oh ne jetzt fliege ich zu weit runter nein ich hab's glaube ich wieder verbockt ja auf jeden Fall guck mal ich 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 sehe nicht wo die sind ich sehe es nicht und wenn ich die Kamera drehe sehe ich es immer noch nicht weil die Kamera sich gar nicht anständig drehen lässt ok versuch nochmal ich weiß gar nicht 22 23 ich weiß es nicht ernsthaft nein ooooh 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 komm stell mal die Box in die aufm hier rumliegt ein bisschen ordentlich muss hier aussehen wa so 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 nein oh nein ey das gibt es nicht man es ist ja ich kann mich nur noch wiederholen es ist eigentlich so wie ich es die ganze Zeit bereits gesagt habe der der macht diesen Turboschub und ich hab verkackt ja so komm ja fliegt drüber hinaus blöde Kamera ernsthaft die Kamera ist so blöd ja guck mal wo ist der hm es bringt nichts es ist zu wiederholen komm Mario warum wieso oh Gott bei Mario 64 war es so einfach den zu kontrollieren weil eben diesen Control Stick hier diesen Analog Pad da war es so leicht weil man es genau präzisieren konnte und hier geht gar nichts oh oh komm schon oh nur eine bekommen das ne das reicht nicht das reicht einfach nicht ich kann kein ich kann jetzt noch mal drüber fliegen selbst wenn ich die erwische es ist schon längst zu spät so laber mich voll interessiert mich nicht okay okay jetzt haben wir die mal wieder äh seit lange die ersten beiden so drei vier sechs sieben acht ja 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 oh Gott ich hab's geschafft ich hab's echt geschafft das ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020